Bobs Tower Bob hat nen Tower What the? What the? What the? Oh, was geht denn da? Nein, alter alter Hallo Leute und herzlich willkommen zur 26. Folge Let's survive Ja, letztes Mal waren wir dabei, hier diesen riesigen Raum hochzusprengen und wir kamen hier lang nicht weiter und brutzeln dann brutzeln weiter, Armin, oder soll ich putzeln? Brutzel du mal Ich hab ein bisschen Bock auf Wurzeln Wuh, 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 Wuh Das sieht sehr lustig aus Alter, Alter, bleib da, bleib da Ja, komm her Wurzelt gut Wuh, 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 Wuh Wuh, 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 Wuh 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 okay du wirst du dran mit kürzeln ich bin beinahe untergefallen kommt zu mir ich würde mal sagen wir müssen daran und das ein scheiß lohn sterben komm armin weck dich nicht mit den lohn an diese kiste effekte ich sterben hier ist ein hebel und ein eisenschwert jetzt habe ich auch eins ob ich nicht so krass hoch springen würde und melonen er ist ein sterben oder was das will ich führen das ist unsterblich glaube ich ja lass es in ruhe ich dachte wir schon da lang du lass uns verziehen checkpoint checkpoint punkt ist gut was zieht so aus als ob wir drei hebel brauchen ok sammeln wir drei hebel ja da war ich schon hier war ich eben was soll ich dir eben sagen ich bin verbrutzelt verbrutzelt ich habe einen hebel ja ich gehe hier in das letzte hast du schon einen hebel? ja einer ist schon dran ok hier ist voll viel boot und ein hebel ok dann gehen wir zu diesem einen raum da lass uns beeilen ja bevor er auf die idee kommt weiter zu brutzeln zu brutzeln heul ja ich habe jetzt gedacht unten fällt der boden wieder weg und ich dachte irgendwie jetzt sollen wir rätseln was unten sein sondern was oben das ist ein bisschen zu arschen ein bisschen vielleicht ein bisschen vielleicht druck bitte ähm was oh das oh ähm entweder wir werden sterben oder im letzten moment geht irgendwo die Tür auf äh alter alter das ist ja wie ein Mütter des Star Wars alter äh nein 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 ey alter komm schon komm schon nicht 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 das ist echt qual das hat aufgehört oh das erinnert mich extrem an diese Müllpresse von Star Wars ohne Witz jetzt oder von ZO wo der zerquetscht wird und die ganze auch nur Müllpresse ja sowas ähnliches aber dann sieht man die ganzen Organe so raus ja und wir können das Glas zerstören es wird ... ... ... ... ... ... ... ... jetzt was ein Buch oder so das war nicht das Buch das war das Buch ich habe eine Leine kann ich dich damit anleihen sie verarschen Mise da ist ein Metallgitter, da ist ein Metallgitter geh mal von der Druckplatte runter hä? ich vercheck das check das irgendwie nicht mit dem Buch it's never too late to change please download burning down villages trying to kill innocent people stealing lost potatoes bleibt he is a nice man can I do anything too have you changed your father so wie ich es da die Hälfte schon aber es ist ja irgendwas mit Kartoffeln eigentlich so jetzt schon wie sie sind hängelt irgendwie fest bleibt da in der Ecke stehen vielleicht passiert irgendwas was er ist jetzt es ist ja nicht irgendwas offen hier warte was tun wir jetzt wow what the fuck die Deckung das hätte es mir früher sein können das ist ein Loch hier geht es weiter wasser äh sieht nicht nett aus Knopf er drückt auf ich will nicht sterben wow 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 irgendwie geiler Sandaufzug wie lang geht das hier noch runter ich weiß nicht ja fünf Stunden später hier tut sich was ich springe auf die Leiter springe auf die Leiter ähm sie sind nichts nicht so nett ich glaube du jetzt auf die Leiter springen sollen es ist mir egal ich habe überlebt ja wir haben überlebt da war ein Keks drin das noch mal in der Kiste nur auf die Druckplatte man ich stehe auf der Druckplatte ich weiß das sieht das Omnormormteil aus ja na ok warte dann gehe ich mal checken was hinten auf der Leiter ist dieses Omnormormteil Alter warte noch bitte auf mich ich gucke nur kurz was hier hinten ist das ist gar nix hier ist wir kommen in den Aufheben schütteln es schüttelt ich schüttelte Sprung okay ich gehe hier rein durch auf die andere Seite okay hier ist eine beteiligt aber sonst ist hier nichts wo auch Storch hin dessen gern ist bei dir noch irgendwas Prozent ein Türen ja komm her hier hinterher in der Ecke hinter dem Stroh da ist und Loll bei mir ok da bin ich nämlich reingefallen Druckplatte? ne ich glaub hier gibt's Luft hm das sind Eisentüren ok gehen wir weiter jetzt sind wir auf der anderen Seite ist doch gut reinsteppen und hier ist nichts Prison Tower Test 2 hm nichts besonderes in dem Raum da sind Pferde und hat man nicht schon mal hier auf diese im Gefängnis gespielt? nein das war eine andere Map hm aber Trichter Trichter sollen wir hier irgendwas heintun? da ist nichts drin aber lass es einfach erst mal ja da waren Pfeile drin und ein Bogen ja guck mal ich bin drüben von Glas kann man schrotten der Teil kann ja direkt schrotten hiervon ja kann man warte warte ff 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 wow dennis denis denis hey wir brauchen einen Schlüssel für das Office und hier ist ein Checkpoint Punkt ein Checkpoint Punkt ich würde mal sagen du kommst mal mit hier geht's nämlich weiter oder so wir sollen den Schlüssel genau dahin tun oh vergiftung 2 netter was hast du und und ff wo jetzt ff reinziehen m er ist wir erhält oder nein als singt wenn wir wollen zu den bieten nennen also wenn du und vergiftung schicken und bei einem bildenden schicken wir oft sind zu match erholt das picture brings back a good memories gefahren werden das Problem was macht das eine Lohre und ich habe extrem ich hab fünf Giftsflaschen gibt zwei das Problem das ist das Problem vergraben durch das Gas ja manchen ich bin schon auf dem nächsten Ebenen Dreh dich Wow 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 doch nur ein Skelett Fall runter Was ist mit den DofWohnern los? Sie müssen netz sein Wow 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 böses Loch ach kommt schon wieder zu immer Soweit an den Ebenen ich weiß nicht es ist nix denn ich schätze es gibt warten auf mich ich kann nicht mehr offen nein ich hab was ich muss nur was essen Kürbenskuchen ich hab Brot da lang Alter fast gleichzeitig ojo wo sind das denn Punkt Punkt Alter ich hasse so lange Gänge sehr Ba da ba 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 ich hasse es Alter zieh da das mal rein Alter ohne Scheiß screenshot dass ist screenshot wert ja sah geil aus ach nö echt jetzt so was was ich auch kannst gehören nein das geht nicht hab ich auch schon geguckt ich habe gedacht die Springer war da und bin ich da hin das hat nicht geklappt hätte nicht geklappt oben in der Klamottskücher machen von hier schweiß nicht vermitteln können nötig es kommt und fressen auch wir müssen dann ich hasse so was wir haben sich Mühe gegeben in der Landschaft ja das haben sie das ist gut aber ich hatte so eine scheiße Wege wo der sind die einen der ich gelaufen musste ohne scheiß da ging es einfach direkt drüber ich fühle mich verorscht komm zu mir ich bin da weiter gegangen andere Seite weiter ja warte ich gehe mal kurz hier auf den Berg gucken ob da irgendwas drauf ist ich bin noch nicht auf der Spitze the funky chicken okay hier ist nichts die Böde ich ich bin schon da ich würde mal sagen der Typ der ist ein Ups ich stehe jetzt zu verhindern der Typ ist überhaupt wie geht es das denn ja wir denken an Bob und da war ein Buch drin wo heil und steht und hier ist jetzt dieses Buch hat vier Seiten ich lese das nicht erlte immer mehr jub jungen du jungen huren kommen aus den Rünen mit morgens den Prinz da drüben werden wir haben schädlich ist es doch immer okay ich will ganz schnell wo er wird endlich es geht in der Läste he made you forget those are the news even if just for a short time please forgive my depressed voice but um starts crying is the tower of at the end of this canyon I'm on the tower I thought checking there I will give you anything if you can bring him back he is my only true friend Bob Bob dp you wow es kommt erstmal reinfathers mit sich unter Bob star schaub bopper ein bopper schaub was geht n das war gemein ich habe keine sachen mehr ich auch nicht das war fies alter hier sind schwer ist ich habe ein schwert gesnackt es war so ein rahmen drin armin da geht es raus dahinten ist eine tür mit einem schwert geklaut egal renn da rein rein da rein da rein da goldschwert goldhelm lederstiefel okay ich selbst rüber bestätige die spinnen fikt euch hier ist ein eisenschwert drin ein leben warte mal das ist ein helm in dem bilderrahmen ja das habe ich nicht geschafft was zu sein und ich durch einhebel hier vielleicht oder da hinten ich würde sagen hier weil das der einzige wo keine druckplatte vor ist ja schon einräumen drin ja dann packt dran du hast du bist du fisch alter da ist you want you can have the stupid potato take it planet eat it whatever you like but just you know i spent the last few days collecting prisoners man so familiar you habsabjorn pox annika sr ich glaube sein freund ist ein chicken und das chicken holt got up so lost potato 3 ends here thanks for playing ist dort wo ist dass sie sind wendet ist so wird in den nächsten mädchen ist schütte vor mit vielen jointes mädchen und treten next one ist nicht gekommen war warum sind wir haben wir haben die kartoffeln ja okay dann würde ich mal sagen ah okay ja die sind die verlorene Kartoffel würde ich mal sagen bis zum nächsten Mal wenn wir vielleicht den vierten Teil spielen wenn es einen gibt äh tschau Leute tschüss bis zum nächsten Mal